. . . . Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder Weg, das ... Chris Mittisch. Heute mit Spitzenpolitiker und SPD-Kultstar Lars Klingbeil. Und White Carder Chris. Dennis ist auch mit dabei. Das geht ab, Freunde. Freunde, direkt zu Beginn. Nadel ist wieder aufgetaucht. Wir können alle aufatmen. Ja, da wurde sich ein Scherz erlaubt. Mehr dazu auf bunte.de. Wir starten die Politik-Offensive in eurer Lieblingsshow. Also, du bist die erste. Nee, der zweite Politiker, der hier ist, neben Karl Lauterbach. Wie originell. Und keine Sorge, Freunde, wir bleiben Partei, Würde und die Wohlos. Macht euch keine Sorgen drum. Aber wir möchten Bildung in die Sendung einstreuen. Ich freu mich, dass ich endlich mal in einer seriösen Talkshow sein kann. Ja, endlich! Nicht immer nur Lanz oder auch mal hier. Ich hab die richtigen Fragen gestellt, oder, Chris? Ja, so ist das. Du bist ja wahrscheinlich älteste im Wildcard aller Zeiten bei uns. Ja, so ist das. Chris ist 38 Jahre jung! Ja! Ganz tolles Alter. Wie alt bist du, Lars? 45. 45. Habe ich nämlich gegoogelt. Kannst du jetzt schon weiter? Wir legen jetzt los. Los geht's! Was ruft man bei einem beliebten Glücksspiel, wenn man fünf Richtige in einer Reihe hat? Lotto! Hä? Bingo! Oh mein Gott! Lotto! Wiss ich, Chico? War das jetzt noch Probe? Nee, leider nicht. Leider nicht. Hä? Bingo? Oh, das ist ganz klar. Dann trink jetzt und dann ... Das ist so typisch. Lacht's mich wieder aus in den Kommentaren. Wir haben doch einen Kommentar vorzulesen, ne? Ja, stimmt. Liebe Freunde, in der letzten Folge mit Sebastian Lege und Flo habt ihr ... oder hat ludanko2496 kommentiert. Ladet mal bitte Lord of the Lost ein. Das sind die diesjährigen ESC-Teilnehmer für Deutschland. Ich bin noch Lost. Guckst du ESC? Nein. Jemals mal gemacht? Ja, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Okay, alles klar. Du, für dich was? Äh, Australien trägt glaub ich sogar am Start, ne? Aber ich guck's trotzdem nicht. Du hast eine australische Vergangenheit, darauf werd ich ihn später ansprechen. Erst mal bestell ich einen neuen Shot. Und wir machen weiter. Uah! Vielen Dank, richtig einen Applaus für Esther hier. Heute letzter Tag, Esther, ne? Ja. Und, fühlt sie dich gut oder schlecht? Äh, ja, schlecht. Alles klar. Sie muss. Sie muss gehen, sie muss zum Bund. Ja, so ist das. Wie viele Zahlen muss man, außer der Superzahl, beim klassischen Lotto 6 aus 49 richtig haben, um den Hauptgewinn abzuräumen? Ich würd jetzt sagen 6. Ja, war noch eine Grenze. Mach auf. Welche Karte ist beim Pokern die höchste? Ass. Ich. Was ist das höchste Ergebnis, das man beim Würfeln mit zwei sechsseitigen Würfeln bekommen kann? 12. Was? Ja, 6 plus 6. Achso. Wie nennt man das antike Belagerungsgerät, das in der Mitte einen schwingenden Baumstamm hat, mit dem zum Beispiel Türen von Festungen aufgestoßen wurden? Rumsbums. Ah! Mein Gott! Wie heißt das noch mal? Ramborg. Ramborg! Rumsbums. Aber Rumsbums find ich gut. Ist nah dran. Das ist meine Biografie übrigens. Och Mann! Ich will nicht rausfliegen. Lars, du bist Vorsitzender der SPD gemeinsam mit Saskia Esken und denkst du manchmal, ich möcht das allein machen? Oder bist du ganz froh, dass ich hier aufzeit auf zwei? Nee, das funktioniert schon zu zweit. Das ist was Neues. Ich mach andere Politikbereiche als sie. Sie macht Innenpolitik, Bildungspolitik, ich mach Außen- und Wirtschaftspolitik. Natürlich gibt's auch mal Stress, aber eigentlich kriegen wir das immer ganz gut hin. Hast du jetzt schon getrunken? Ich hab dir jetzt grad schon in mich hineingekippt. Überaus ekelhaft. Chris, ich hab dir versprochen, du wirst auch noch mal thematisiert in der Sendung. Du bist aus Brisbane, Australia! Brisbane. Brisbane! Dafür gibst du jeden Applaus! We are international shows! Bist du gebürtig da? Nee, nee, ich komm aus dem Münsterland. Aber ich wohne seit neun Jahren jetzt in Australien. Wieso? Falscher Flüger gestiegen? Und bei Deutschland? Nee, ähm, meine damalige Freundin hat ihren Doktor gemacht. Damalige Freundin? Okay. Es ging ja nicht mit Brüche, aber ich bin dann trotzdem da geblieben. Weil das ist halt einen Ticken geiler als deutsch. Ich glaub auch. Laufen da wirklich Kängurus rum? Ja? Ja. Und die haben so einen krass muskulösen Oberkörper. Also die boxen ja auch richtig. Die machen ja auch so, ne? Da gibt's verschiedene. Da gibt's so große, die heißen, glaub ich, Red Kangaroos. Die werden bis zu zwei Meter und das sind diese muskulösen. Ja, ja. Hab ich nämlich gegoogelt. Ein Eisberg. Was sind die Fragen, die ich brauche? Ein Eisbär. Leben Eisbären am Südpol oder am Nordpol? Ähm, Nordpol. Ich wollte erst Südpol sein. Wie heißen diese Bands oder Künstler mit vollständigem Namen? Annenmai. Kantereit. De-Rolling. Stones. Apache. 207. Tokio. Hotel. Mit welchem borstigen Gegenstand kann man Dreck auf dem Boden zusammenfegen? Besen. Boah, ich wollte Zahnbürste sagen. Kannste auch. Geht auch. Genau. Worauf fliegen Hexen wie Bibi Blocksberg gerne mal? Ein Besen. Handelt es sich bei Besenreisern um die Erweiterungen winziger Hautvenen, die als netzförmige Linien der Haut zu sehen sind, oder eine entzündliche Krankheit, die sich durch rötliche, schuppende Hautveränderungen bemerkbar macht? Das erste mit den, mit den, mit den, mit den Venen. Wenn du aus einer Wohnung ausziehst, steht im Mietvertrag gerne mal, dass die Wohnung wie rein übergeben werden sollte. Besen rein. Seit Ende März 2023 ist Thomas Tuchel der neue Trainer des FC Bayern München. Welche Mannschaft hatte er unmittelbar davor trainiert? Chelsea. Ja! Vor allem in den 80er Jahren erfreute sich der 8-Bit-Heimcomputer C64 großer Beliebtheit. Für was steht das C in seinem Namen? Kommodore. Welcher der folgenden Filme aus den 90ern basiert auf einer Buchvorlage? Titanic, Manta Manta oder Jurassic Park? Jurassic Park. Wie viele Buchstaben befinden sich insgesamt auf einem deutschen Stoppschild? Vier. Wie heißt der Premierminister von Kanada? Justin Trudeau oder Jacques Cousteau? Erste. Nur weil du gelacht hast. Welche Kathedrale wurde 2019 durch ein Großfeuer weitgehend zerstört? Die Villa von Gottschalk. Nein, natürlich Notre Dame wär's gewesen. Oh! So, Lars, das kommt's dazu. Off X? Ja klar. Oder darf man sich das einteilen? Nee, nee, nee. Off X? Ja, genau. Boah! Ich dachte, das wär Fake gewesen. Das ist kein Fake. Nee, wir faken dich, wir sind real. Du bist am FC Bayern München Mitglied, was machst du da genau? Verwaltungsmitglied? Im Verwaltungsbeirat. Was heißt das? Was macht man da? Wir treffen uns zweimal im Jahr, reden so ein bisschen, wie der Verein dasteht, und wir schlagen der Jahreshauptversammlung den Präsidenten vor. Äh, Bendy ist ein riesengroßer Oliver Kahn-Fan. Ja, total. Deswegen möcht der Bendy vielleicht einmal was fragen. Vielleicht hast du mal Kontakt zum Oliver Kahn. Kannst du uns mal connecten? Vielleicht will er mal herkommen. Ja, das hoffe ich doch auch. Aber dann fährt der Bendy in Ohnmacht. Ich falle wirklich vom Stuhl. Bist du Bayern-Fan oder nur Oliver Kahn-Fan? Oliver Kahn-Ultra. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Wo er spielt, ist mehr Latte und wo er Präsident ist. Du weißt aber, dass der nicht mehr spielt, ne? Ja! Hab ich nämlich gegoogelt. Dein Onkel. Was ist dann der Sohn deiner Mutter für dich? Der Neffe! Ah, der Bruder! Ich bin es! Du bist heute früsten, die ich nicht weiß. So was kann ich lesen oder nicht? Eine Fangfrage. Juhu! Direkt der nächste schwarze Mann, direkt weiter. Gute Durst. In welcher erfolgreichen US-Serie um Walter White und Jesse Pinkman hat die fiktionale Fast-Food-Kette Los Pollos Hermanos ihren Ursprung? Breaking Bad. Die Camper. In welcher Stadt, die auch oft Teil seines Namens ist, soll Jesus aufgewachsen sein? Nazareth. Juhu! Wie lange dauert die Amtszeit der Richter am obersten Gerichtshof der USA? Eigentlich bis zum Lebensende. Boah! Wow! Schlecht. Wie geht dieses legendäre Fußballer-Zitat von Andreas Möller korrekt weiter? Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache… Italien. Ich sag falsch. Wie heißt die Sportart, in der es die Begriffe Camper-Trick, 7 Meter und Kreis gibt? Handball. Wie oft müsste man die Freiheitsstatue übereinander stapeln, bis der Turm aus Statuen höher ist als der Eiffelturm? Viermal oder sechsmal? Viermal! Jaaaa! Ist ausgerechnet, ne? Wie nennt man in der Chemie die ohne äußere Einwirkung eintretende gegenseitige Durchdringung von Gasen, Flüssigkeiten oder Lösungen durch Eigenbewegung der Moleküle? Zentrifugalkraft oder Diffusion? Diffusion. Oh Gott. Ich hab's gewusst natürlich. Chemieleistungskurs. Welcher Planet hat den größeren Durchmesser? Die Erde oder der Saturn? Äh, der Saturn. Ganz klar. Zufall. Das weiß er. Wie heißt der südöstlichste US-Bundesstaat, der auf der einen Seite an den Atlantik und auf der anderen Seite an den Golf von Mexiko grenzt? Hawaii? Das ist natürlich vollkommen falsch. Bitte. What is it? Texas. Ah, natürlich. Kann man wissen. Florida. Florida. Auf euch, Jungs. Hey, Junge, das mach ich mal! Das schmeckt lecker. Eieieieiei. Chris, ich hab noch ein paar Fakten über dich. Ja, hau raus. So, du wurdest mal von Casper verletzt. Ja. Mit dem Rap-Künstler Casper an dieser Stelle. Vielen Grüße. Der mich tief enttäuscht. Fan des Formats. Erzähl mal ganz kurz, was hat der gemacht? Ähm, also ich war Reporter für ein Lokalfernsehen. Und musste einen Bericht machen vom Spackfestival. Mhm. Ich hatte ein Interview ... Du bist ein Headliner, oder? Ja. Einen Interviewtermin ausgemacht mit Casper. Und eine halbe Stunde vorher rief mich der Manager an und sagte, ja, sorry, Casper ist krank, der kann nicht und so. So, und dann, ähm, Tag später, bei der Konkurrenz von einem Zeitungsformat, die auch ein Videointerview gemacht haben, hat er denen ein Interview gegeben. Okay. Ja, ey Benjamin, was ist denn los bei dir? Wie heißt die Hauptstadt von Florida? Tallahassee oder Miami? Miami! Nein! Don't get me wrong! Nein! Ich mach in Zukunft nicht mehr mit. Ich mach Kamera, ich mach Ton, ist mir egal. Benjamin, was ist denn los bei dir? Hat er nicht gesagt, er will gewinnen heute. Ja, lecker, lecker schmecker. Du hast doch noch extra was ausgedruckt hier. Ja. Hast du mir dazu eine Moderation geschrieben? Nee. Lars, du warst, ähm, der erste gepiercete Politiker im Bundestag. Dafür noch einen riesen Applaus für dieses Bild. Die Frage ist, wo ist das Piercing? Wo ist das Piercing hin? Wieso ist das entfernt worden? Ich bin 2005 im Bundestag gekommen mit Piercing und bin nur auf dieses Piercing reduziert worden. Okay. Und Tattoo-Magazine, Piercing-Magazine, die Bild-Zeitung, alle haben mich nur gefragt, warum hast du ein Piercing ... Keiner hat gefragt, wie denkst du dazu inhaltlich? Und dann bin ich nach zehn Monaten wieder raus aus dem Parlament, da gab's diese Neuwahlen. Und dann hab ich gesagt, ich nehm das Piercing jetzt raus und wenn ich noch mal wieder in den Bundestag komme, dann lass ich mich nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten oder mein Alter reduzieren. Ich hab das immer noch irgendwo rumliegend zu Hause als Erinnerung, aber es war dann noch okay, das rauszunehmen. Okay. Und es gibt auch ganz viele Menschen da draußen, die sagen, die würde so ein Vollbart total gut stehen. Das klingt so von Tommi Spielmann. Ein riesen Applaus für diesen Vollbart hier. Das schluckt dich. Also, ich soll dir von Tommi Schmidt sagen, bitte, mal wachsen lassen. Warum nicht? Ist das denn möglich bei dir? Natürlich, ich seh doch den Bartschatten. Ja, oder? Klar. Aber das war, nachdem Tommi das losgetreten hat, die Welle, war bei mir richtig was los. Ja, das glaub ich. Und ich hab niemanden getroffen außer meiner Frau, der das nicht wollte mit dem Vollbart. Aber nee, irgendwann mal. Irgendwann? Ja, liebe Freunde, ich bin leider raus. Ich hab sowieso gar Termin. Ich muss jetzt ganz schnell nach Tallahassee und ein paar Sachen gerade rücken. Danke, dass ich hier sein durfte und dass ihr mich weiter so supportet. Euer Benni. Ciao. Neuer Shot. Hier ist noch ein Game. Welche Stadt in Florida ist der Titelgeber für einen Song von Rapper Will Smith? Miami. Willkommen zu Miami. Ansel ist ja Miami. Deutscher. Deutscher Hip-Hop. Ja, genau. Oh! Das schmeckt lecker. Schön grün. Ein Sinnbild der Koalition, was hier passiert. Viel Rot, wenig Grün. Und Grün ist jetzt weg. Ganz viel Schwarz um uns hier oben. So, ein braunes Jackett zu meinen Rechten. Hey! Hey! Dein! Dein! Der Satire! Der Satire! An welches Meer grenzt Florida noch mal neben dem Golf von Mexiko? Pazifik! Das Rote Meer! Was war denn? Eine Spaßfrage mit dem Meer. Ist ja eigentlich gar nicht mehr im Stück. Boah, Alter! Schmeckt ihr nicht? Weiter! Wie heißt ein Kartenspiel, dessen Name gleichzeitig auch das spanische und italienische Wort für eins ist? Uno! Ich war ein deutscher Theologe, der im 16. Jahrhundert lebte und die protestantische Reformation auslöste. Wie war mein Name? Luther! Ich war ein deutscher Politiker und regierte das Land von 1949 bis 1963 und gelte als eine der wichtigsten politischen Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wer bin ich? Och, ja! Weißt du, Helzich Helmut Schmitz ist das nicht. Konrad Adenauer! Nein! Doch, oder? Ja! Der Conny! Solche politischen Fragen im Beise eines Politikers zu stellen. Ich hätte es nicht gewusst. Nicht so bloß zu stellen! Du hast ja ... Dein Politikeralltag ist natürlich auch sehr abwechslungsreich. Wie beginnt der typische Alltag von dir? Ein ganz normaler Tag? Es fängt eigentlich in der Regel immer zwischen 7 und 7.30 Uhr an. Und ich hab häufig morgens irgendwie Telefonschalten, zum Beispiel mit dem Bundeskanzler, wo wir uns absprechen. Dann geht's mal in den Bundestag, dann geht's mal in die Parteizentrale, dann geht's mal in den Wahlkreis oder nach Köln. Aber es gibt, ich würd sagen, es sind nie zwei Tage hintereinander gleich. Und was machst du so? Neben dem ... Was ich mach beruflich? Ich bin Media Producer. What's your Alltag? Was machst du den ganzen Tag? Ähm ... Also, ich mach viel Videoschnitt. Fotos teilweise. Ich mach Typesetting von Büchern. Ja. Solche Dinge. Stark. Du hast ein tolles Gastgeschenk dabei, Chris. Gut, dass du's erwähnt. Dann möcht ich jetzt mal drauf zurückkommen. Was hast du uns denn mitgebracht? Känguruklöten Klassenöffner. Was gibt's denn? Ist das echt? Ja. Das sind echte Klöten? Ja. Ich spüre ein paar Parallelen. Lars auch mal. Ja, ist schön weich. Ja, damit kann man sich doch schön den Weißwein öffnen. Ach nee, die sind ja nicht so. Genau, die sind in der Flasche. Ja, mega, eigentlich der beste Geschenke. Ich frag jetzt nicht, wie's dem Känguruk geht, ne? Ja, möcht ich auch nicht essen. Okay. Ah! Ah! Bisschen gesabbert. Liebe Freunde, ich bin jetzt erst mal raus. Wünsch euch aber noch einen tollen Tag. Und bleibt so, wie ihr seid. Und die wichtigsten Infos über mich geht's weiterhin auf dennis-wolter-entertainer-comedien.de.tl. Ciao! Und damit stehen Lars und Chris im großen Finale. Und die beiden spielen jetzt entweder... Oder... Wahr oder falsch? Der Eiffelturm steht in der Eifel. Falsch. Der Gründer des Online-Versandhändlers Amazon heißt Carsten Maschmeyer. Das ist nicht korrekt. Ich muss man googeln, was das heißt. Der menschliche Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser. Das ist richtig. Die Sonne ist ein Stern. Korrekt. Die Farbe des Blutes in den Adern ist blau. Falsch. Der Mensch scheidet in seinem Leben etwa 3,7 Tonnen Kot aus. Nee. Nicht korrekt. Oh! Boah, das ist viel, ne? Das ist viel. Drei Tonnen. 3,5 Tonnen. Junge. Das weiß doch jeder. Klassisches Allgemeinwissen. Von Ausscheiden zu... Nee, ich bin noch nicht ausgeschieden. Aber gut, gut. Soll ich den nächsten ran kann? Wird nicht leckerer. Hier wird noch ein Leben. Champions League-Sieger oder nicht? Manchester United. Ja. Nein. Nein. Und damit gewinnt Chris. Korrekt oder weg? Riesenapplaus! Doch, Chris. Auch einen Nachtrag. Diese Champions League gibt's ja, diese Kampagne, 90ern, das werden andere Leute jetzt sagen, sind die Landesmeister der Pokalsieger. Ist uns egal, bleibt es so stehen. Aber ausgerechnet bei mir ein Menü zu nehmen ist schon hart, ne? Muss ich den jetzt noch trinken? Nee, das ist ja eh erledigt. Nein, bevor wir Chris die Tischplatte übergeben, wirst du, Lars, erst mal noch das Schätzchen in dich hineinschütten. Das ist schön. Genussvoll, so wie wir dich kennen. Auf wen trinkst du? Auf euch. Hey, Jo! Lecker! Look, 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 look! Oh, jetzt! Riesenapplaus für Lars Klingbeil! Und ... Riesenapplaus für Chris, der die Goldene Tischplatte gewonnen hat! Ja! Ja! Ich muss das mal hinlegen, ich möchte zu sehen sein. Ach, wow! Wunderwoll! So. Ja, liebe Freunde, schreibt doch mal eure Bewerbung in die Kommentare, warum wollt ihr hier mitspielen? Wir nehmen alles natürlich sehr ernst. Daumen nach oben, nicht vergessen. Wir kommen zur Endcard. Oben gibt's ein Video von Zweifel 2, und zwar Volksentscheide zum Scheitern verurteilt. Und unten gibt's die letzte Folge von ... Korrekt oder weckt das? Bis mit ... Tisch! Tschüss! Ja, so ist das.